So, wie weit ist das jetzt noch weg? Sind das immer noch? Immer noch 1000 Meter? Ah, okay. Alles klar. Es ist da hinten. Oh, Junge. Kann ich da... Kann ich da einfach rüber? Naja, das Wasser ist flach. Tja, und da sind wir. Oh, toll. Ah, so. Was? Okay, komm, dann machen wir das jetzt mal anders. Was? Nicht genügend Freiraum? Sag mal, was erzählst du denn da? Ach so, wahrscheinlich deswegen. Was? Ich stehe das jetzt mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, warte, ich brauche eine Ölpumpe Also, ich brauche eine Ölpumpe Ich brauche zwei Raffinerien Ich brauche eine Ölpumpe Ich würde ja schon ganz ehrlich, wenn ich ehrlich bin Direkt diese Direkt den Strom Mit dem Öl bewerkstelligen Damit ich da hinten Keine Probleme mehr habe Mit dem Strom Ich Nueven Ich brauche eine Ölpumpe irgendwas ist ja immer Patsch, oh mein Kopf, so warte mal wo ist denn das mit dem Strom eigentlich Treibstoffgenerator, ja dazu brauche ich auch erst mal die Computer und Gummi Ok, warte mal, warte mal Staturen Okay, geh mal wieder Weine Um, wir sind Warte mal wieder Am Warte mal was Warte mal Warte mal 35 motoren das heißt ich brauche 70 35 motoren bedeutet 70 rotoren und 70 starttoren wow fünf stück schrauben ok aber rotoren stelle ich ja her gut dann gehen wir jetzt mal dahin wo ich die rotoren herstelle das müsste alles da unten sein so aber hier gibt es rotoren zack so für die statoren brauche ich stahlrohre so so so